Zufriedvolle Musik, da will man gar nicht reinquatschen. Oh Gott, Alter, Leute, ey. Was ist das denn hier? Spielen wir ein Horrorspiel? Meine Fresse. Oh, noch einer. Voll gut. Was? Sag mal. Ey, es ist heute hier das Spiel des Horrors. Was war das denn jetzt gerade? Okay, ich stecke schon mal weg, hier ist niemand. Also wie gesagt, Crafting machen wir. Oh Gott, Schock meines Lebens. Oh mein Gott. Was ist hier alles zu holen gehabt, ne? Oh Gott, ey, schreckt mal wieder. Oh. Edle Schuhe hat er dabei und ein grünes Seidengewand. Das hat ihn nicht viel geschützt, aber es ist zumindest wertvolles Material. Sein letzten Atemzug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich mich erschreckt. Ich wollte da nur mal ganz kurz gucken. Schon großartig. Kann mich gar nicht satt sehen, was ist denn da? Ist das was Besonderes? Egal, ich renne jetzt nicht runter. Ich glaube, es war nur eine Blume, eine langweilige. Oh mein Gott, Alter. Alter, hab ich mich erschreckt. Ich hab so gezuckt. Er rennt erst mal. Heiliger.